So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und gestern Abend habe ich es ja angekündigt im Stream, dass theoretisch ab 22 Uhr die Go Battle League gewechselt hat von der Superliga in die Hyperliga und weil es diesmal brandaktuell ist, die Hyperliga seit gestern Abend verfügbar ist und weil ich immer nur, wenn ich das hier übertrage, die Go Battle League zocke, deswegen habe ich aber am letzten Mal die Superliga komplett verpasst, weil ich einfach kein Video dazu gemacht habe, das aber trotzdem einige Leute interessiert und das trotzdem wieder was Neues ist. Ich hatte mir ja letztens in der Superliga dieses Team zusammengestellt hier mit Mantax, mit Deoxys, mit Elevoltech, dass wir einen haben zum Schilde rausloggen, dann haben wir einen Switch-In, wir haben einen Closer, Close, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe jetzt extra mal darauf verzichtet. Ich will nicht taktisch vorgehen, ich will einfach nur Spaß haben, das heißt, ich habe mein gutes Gabriel Lucario mit 2500 vorne reingesetzt, dann ein Machomai mit Steinhagel, ein Labras genau auf 2,5 mit 2 Attacken. Eigentlich ist es sinnlos von vornherein, wenn man zwei Kampf-Pokémon mitnimmt, das Team sollte eigentlich ausgewogen sein. Und ihr seht, seit dem letzten Mal habe ich wirklich gar nichts gemacht. Wir sind immer noch hier bei Rang 3, längste Serie 6, 15 Kämpfe, 10 Siege, wollen an der Stelle jetzt weitermachen, aber in der Hyperliga. Drücken deshalb mal auf Kämpfen, haben unser Team ja schon zusammen, wir machen extra die Hyperliga, nehmen die zum Schilde rausloggen und so weiter. Und ich komme eh meistens nur bis Rang 7 oder mal Rang 8, okay, aber meistens geht dann eh nichts mehr. Wir sind also gespannt, was dieses Team bringt, was die Gegner so haben. Die wechseln ja bestimmt 200 Mal durch und machen immer andere Sachen. Es ist sowieso, die ganzen Tierlisten wechseln permanent, der eine rutscht ab, der nächste geht hoch, der nächste geht runter, keine Ahnung. Wir hätten jetzt einen Spukball darauf machen können, aber ich will ja erstmal Schilde rausloggen, beziehungsweise gucken, ob der überhaupt Schilde einsetzt. Der hat das jetzt durchgehen lassen, oder? Trotzdem steigert sich mein Angriff und trotzdem können wir den nächsten Steigerungshieb machen. Also entweder, keine Ahnung, opfert der den gerade oder er macht was, womit ich nicht rechne, im Endeffekt. Gegnerische Attacke wärmen wir natürlich mal ab. Schon hat er noch beide Schilde übrig und ich habe eins verbraucht, Hitzekoller. Jetzt dürfte seinen Angriff auch noch sinken. Wir können also versuchen, den umzuhauen und vielleicht jetzt mal einen Spukball einzusetzen. Aber, das ist die Jalga, der hat eh eine Schwäche gegen Kampf. Das heißt, ich versuche meinen Angriff einfach weiter zu steigern und vielleicht wäre da ja trotzdem erstmal irgendwas ab. Genau, macht er. Aber der normale Angriff haut rein und er gibt auf. Er gibt auf! Warum gibt er denn auf? Ich verstehe es nicht. So macht man das. Da gewinnt man einfach den ersten Kampf. Dabei sah das so gut aus. Ich musste gar kein anderes Pokémon nehmen. Wir machen also direkt weiter mit Lucario. Mein Lucario! Ich glaube, das war auch bei dem Kollegen so, der mit seinem Lucario einfach alles kaputt gemacht hat. So! Obwohl das Lucario, das ist ja gar nicht das Gabriel Lucario, fällt mir gerade ein. Von Gabriel das Lucario war ja das Besondere, dass das 100.500 war, was fast unmöglich ist. Denn wenn ihr eins aus dem Ei ausbrütet und entwickelt, kommt das eigentlich immer über 1.500. Das ist ja hier das 98er Shiny als Lucky Pokémon. Wieso ist es jetzt schwieriger? Eben das Garados war doch noch ganz chillig. Und das, das haut mich jetzt richtig kaputt. Ja, egal. Er hat auf jeden Fall nichts eingesetzt. Wir gucken mal, ob wir zum Spukball kommen. Wir kommen zum Spukball. Und vielleicht währt er den wieder nicht ab. So wie er eben nicht den Steigerungshieb abgewehrt hat. Und zack! Und das war sein Fehler. Er dachte, wir sind klein und dumm. Und dabei haben wir ihn einfach weggerotzt. Jetzt wäre es natürlich gut, vielleicht mal zu wechseln. Aber auf was? Wir haben noch unser... Wir haben noch unser Macho Mai. Wir probieren es trotzdem jetzt mal mit Labras. Vielleicht vereisten wir den ein bisschen. Das Ding ist aber, ich glaube, gut, wenn der Bodenattacken macht, die sind bestimmt auch wieder effektiv gegen uns. Können Sie mal durchgehen lassen. Vielleicht hat er nur Aquarubitze. Das dürfte dann nicht so schlimm sein. Nein, er hat Erdbeben. Wieso hat Erdbeben so schnell geladen? Und natürlich, ich habe die ganze Zeit drauf gedrückt. Jetzt hätte ich eh die 3-Sekunden-Regel wieder einhalten können. Aber es hat natürlich die Attacke schon hinterher gemacht. Also richtig schwachsinnig, was da wieder vonstatten geht. Jetzt verlasse ich mich drauf, dass ich meinen Server erddurchbringe, als er sein nächstes Erdbeben. Obwohl das sinnlos ist. Wasser. Aber, er hat ja auch einen Bodenanteil. Vielleicht macht das das Wett. Ich weiß nicht. Wehren wir nochmal ab? Ich glaube, wir wehren nochmal ab, weil wir können versuchen, mit der restlichen Energie ihn zu bringen, umzubringen. Ja, toll. Jetzt wollte ich sagen, ich hau den weg und nehme meinen nächsten Ladertage gleich zum nächsten Gegner. Aber, ja gut, ich nehme alles zurück. Alles super. Er ist weg. Er hat noch ein Schild, trotzdem. Wir müssen sein Schild raushauen. Das bringt sonst nichts. Aber, ich habe noch ein Maromai. Das müsste ja gut sein, dann. gegen seinen Stahl-Pokémon. Er hebt sich natürlich sein Schild auf, wenn mein Maromai kommt, sodass er das Maromai nicht trifft. Und lädt so lange seine Attacken auf, dass er das Maromai einfach umrotzt. Und das ist natürlich mies. Da habe ich wieder nicht mitgedacht. Im Endeffekt komme ich jetzt rein und er haut direkt aufs Maromai und das Maromai ist weg, obwohl das Maromai sehr effektiv ist. Aber nein. Es hat noch funktioniert. Das Maromai hat einmal ausgeholt und weg war er. Da hat er keine Chance gehabt. War aber schon knapp. Also der erste gibt auf. Der zweite wird knapp. Ihr seht, die Spannung steigt. Und wir mussten schon drei Pokémon einsetzen. Nuveo Rige 315. Da bin ich mal gespannt. Mein Lucario ist so gelb wie seine Hose. Das... Ich habe immer keine Ahnung. Geht man jetzt auf Steigerungshieb, um Schilde rauszuloggen? Oder überrascht man ihn direkt mit Spukball? Vielleicht wehrt er ja eh nicht ab. Doch, er wehrt ab. Na gut, dann war es gut, dass ich auf Steigerungshieb gegangen bin. Unser Angriff steigt. Er hat ein Schild rausgenommen. Dann setzen wir auch mal ein Schild ein. Weil er ist ja der erste, der eingesetzt hat. Da ist es ja nicht so schlimm. Und trotzdem macht er mehr Schaden. Im Endeffekt setzt er jetzt aber keins ein, weil er schlau ist. Und gesehen hat, dass das eh nicht so viel abzieht. Ne, siehst du? Er schildet nicht. Das heißt, beim nächsten würde ich ein Spukball machen. Denn der würde ihn hart treffen. Das hätte ich vielleicht auch gar nicht abwehren müssen. Ich weiß nicht. Habe ich aber gemacht. Warum auch immer. Komm, jetzt mach das, bevor er seine Unheilböe voll hat. Nein! Sinnlos. Sinnlos Spukball aufgeladen. Und noch gestorben dazu, oder was? Da, tot. Ja, da kommen wir mal rein. Obwohl jetzt eigentlich Eis sinnvoller gewesen wäre gegen den Drachenanteil. Aber ihr seht, der Ramses, der macht irgendwas, nur nichts Sinnvolles. Unheilböen. Uh, du bist so toll. Seht mich an. So, Gestein müsste gegen den Fluganteil passen. Hä, was für Flug, Digga. Das ist Drache. Drache fliegt nicht. Drache guckt. Was macht man denn? Keiner hat irgendwie noch was drauf. Aber er haut meinen bestimmt jetzt auch weg. Das heißt, er hat immer noch sein erstes Pokémon und nicht schon mein drittes. Kann man ja mal machen, ne? Dafür komme ich jetzt hier rein mit dem, mit meinem Joker. Der Joker bringt nichts, weil der Joker kriegt auch gleich einen auf die Nuss. Meine längste Siegesserie, zwei Kämpfe. Sehr schön. Unheilböen. Juhu. So, ich würde ja versuchen, den so niederzumachen, damit ich meine Attacken mitnehme, aber das ist immer ein knappes Ding. Vielleicht hat man mal Glück und es funktioniert. Dann hat man mal Pech und es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was er als letztes hat. Wir versuchen es jetzt aber hier mal mit Eis, weil das eigentlich stärker sein müsste. Eiskampf. Zack. Das war nix. Und er haut uns natürlich weg. Setz doch die Sch... Alter, da drückst du 50 Mal aufs Surfer und es macht einfach nichts. Nichts. Er hätte den doch jetzt weggemacht mit seinem Surfer. Und vielleicht sogar auf den letzten noch einen Surfer. Ich weiß immer noch nicht, was das letzte Pokémon von ihm war. Vielleicht soll ich mir mal ein neues Handy kaufen, ne? Was besser funktioniert. Vielleicht so ein iPhone oder irgendwas. Womit man wenigstens spielen kann, als mit so einem komischen Huawei, was nicht reagiert. Das liegt nur am Huawei. Das liegt nicht an mir. Jetzt schon wieder hier. Er kommt mit Kampf, ich mit Kampf, aber ich bin natürlich gleich tot, weil... Ist ja klar, bei mir ist es sehr effektiv. Bei ihm halt nicht, weil er ist halt Mr. Miyagi. Kann man nix machen. Wir verkacken es zusätzlich. Steigern unseren Angriff und verkacken es trotzdem. Okay. Lassen wir den durch. Nein, wir schilden natürlich. Wir sind eine Pussy. Er schildet nicht. Er hat ja auch dicke Arme. Der muss nicht schilden. Der hält einiges aus. Hier. Bei uns wäre es eh rot gewesen. Jetzt machen wir doch schon besser Schaden. Trotzdem. Vielleicht hätte ich das auch einfach aufheben sollen. Vielleicht sollte ich den normal mit den Angriffen immer weg... Weghauen. Weil das zieht sowieso so gut wie nichts ab. Er kommt gleich jetzt wieder mit Seim um die Ecke. Muss ich schilden? Dann habe ich keine Schilde mehr. Er hat noch alle. Das ist Taktik. Nein, aber ich habe wenigstens... Den schon mal weg. Und... Das bringt mir trotzdem nichts. Weil er ja immerhin... Seine zwei Schilde hat. Das heißt, ich könnte nicht mal mit Spukball jetzt jemanden überraschen. Weil den können wir ja dann auch abwehren. Ach, Mann. Ja, dann gehe ich hier gegen das... Ich muss auf Nummer sicher gehen. Tut mir leid. Ihr hättet jetzt bestimmt mit der normalen... Mit der Schnellladeattacke... Schnell muss man nicht laden. Mit dem Quick Move den niedergemacht. Er wehrt ab. Er wehrt ab und... Ah! Ich habe keine Schilde mehr. War aber knapp. Wenn jetzt aber... Obwohl Labras wäre auch cool. Labras? Holen wir Labras rein? Ich glaube, Labras... Nicht sehr effektiv. Okay. Aber Labras hat wenigstens mit Surfer... Eine Attacke, die glaube ich schneller auflädt... Als Stein... Hagel. Jetzt wäre doch wieder Machomai gut. Aber wir lassen ihn erstmal in dem Glauben, dass wir nichts weiter haben. Das Machomai kann vielleicht den Rest machen. Komm, wer mal ab? Ne, du wärst nicht ab. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Wenn er jetzt eine Attacke gemacht hat, würde ich wahrscheinlich trotzdem wechseln. Oder wir machen erst noch Schaden. Machen wir noch Schaden? Wir machen eh unsere Attacke. Ich hätte gar nicht wechseln können, weil er die Attacke noch durchzieht. Wir müssen noch Schaden machen. Komm. Jetzt hat er abgewehrt. Wir gehen trotzdem auf Nummer sicher. Wir lassen das Labras erstmal drin. Das Labras nimmt ja noch ein bisschen Schaden mit. Er macht seine Attacke. Wir überleben es, denke ich mal. Können nochmal Surfer machen. Und können dann vielleicht auf das... Würden vielleicht sogar noch einen überleben. Jetzt hätte ich schon wieder eigentlich auf Eisstrahl gehen können. Aber ich tippe immer, die ganze Zeit, dass es die Attacke einsetzt. Und immer 5 Sekunden bevor es meine Attacke einsetzt, setzt es natürlich auch seine Attacke ein. Zeit abgelaufen. Ja? Gut. Gewonnen. Oder er hat aufgegeben. Ich weiß es nicht. Das ist... Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ist das Schlimmste und Nervigste, was ich überhaupt finde. Du tippst die ganze Zeit, damit deine Attacke voll ist, um sie einzusetzen. Und dann kommt natürlich seine. Und du denkst, ja toll, wenn er seine macht. Dann kann ich noch 3 Sekunden angreifen und dann erst meine machen. Aber es hat deine Attacke schon reingenommen und sagt, nö, wenn der jetzt fertig ist, mach mal direkt deine. Du kriegst nicht nochmal 3 Sekunden. Aber was soll man denn sonst machen? Die ganze Zeit angreifen und dann, wenn die Attacke voll ist, nichts machen. Und sagen, ich lasse ihn erst in Ruhe angreifen zuerst. Damit ich dann irgendwann meine machen kann. Wer würde denn den Gegner zuerst angreifen lassen? Das macht doch auch keiner. Das ergibt doch auch gar keinen Sinn. So, Angriff gesteigert. Sehr schön. Weiß nicht, ich bin immer noch begeistert von Lucario. Ich sehe das aber so gut wie nie. Vor allem in der Hyperliga nicht. Und in der Superliga habe ich das auch gerne eingesetzt. Da habe ich es auch von keinem gesehen. Und in der Meisterliga wird es einem bestimmt auch nicht über den Weg laufen, oder? Ein wäre ich jetzt wieder ab, wie gesagt. Es ist zwar dumm, am Anfang seine Schilde alle rauszuschmeißen. Und er, also die Gegner generell, die lassen das einfach immer durch. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob da jetzt was dahinter steckt. Komm jetzt hier, komm schnell mal Hyperball. Ach, Hyperball. Superball. Ach, Spukball meine ich doch. Du denkst, wir sind im Kampf. Du bist im Vorteil. Du denkst, wir haben nichts anderes. Deswegen wehrst du nicht ab. Nein, er wehrt ab. Warum? Warum ist der so schlau gewesen? Der konnte wieder unsere Gedanken lesen. Dann muss ich es jetzt doch mal hier mitmachen. Denn das Mach und Mai hat gar keine Chance. Vielleicht können wir noch einen... Digga, wir brauchen das. Pack mal dein Mewtwo weg. Sonst hole ich meinen Armored Mewtwo. Vor allem wieso ist eigentlich das Armored Mewtwo besser in der Hyperliga als das normale Mewtwo. Aber die Leute kämpfen trotzdem mit Mewtwo. Weil die normalen Leute ihre Mewtues sowieso voll gepusht haben und raushauen. Und deswegen rechnet keiner damit, dass man ein niedriges hier antrifft. Jetzt wollte ich sagen, der ist gefährlich, der muss weg. Aber natürlich darf er wieder zuerst. Und wenn er seine gemacht hat, macht es automatisch wieder meine. Obwohl ich sie jetzt gar nicht mehr bräuchte. Ne, sie macht es nicht. Sie hebt es auf. Endlich. Einmal im Leben hat was funktioniert. Und Eis. Na gut, jetzt hätten wir auf Wasser gehen können. Aber der Ramses, der holt das Eis raus. Das Eis, das schmilzt einfach weg am Gegner. Da nicht sehr effektiv. War wieder falsch. Aber wir haben ja noch den... Komm, pack den Server hinterher. Ich glaube, das Spiel ist einfach zu schnell für mich. Das müsste es so in halber Geschwindigkeit abspielen. Dann hätte ich auch mehr davon. So. Du willst Maromai? Du kriegst Maromai? Bitte schön. So viel wie du noch hattest, hast du mir gerade mal abgezogen. Da willst du mir was erklären, ja? Habe ich bisher alle gewonnen? Na gut, das sehe ich gleich. Wir haben... Ne, einen habe ich ja verloren. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Schon wieder zu lange her. Wir nehmen mal alles mit. Aber die Pokémon-Belohnung als letztes. Gucken, was es hier gibt. Nämlich einen... Wieso denn schon wieder Tau-Boss? Welcher Mensch braucht Tau-Boss aus der Go-Battle-League? Ist das gut, ja? Macht man damit was? Außerdem regnet es. Der riecht dann also nach nasser Hund. Den will ich nicht immer in der Pokebox haben. Ja, und dann kommt er auch noch raus. Sehr schön. Gibt es hier nochmal einen Beutel voll. Zack. Also, wenn ich mich nicht irre, schaffen wir theoretisch drei Kampf-Sets. Also wieder 15 Kämpfe, wie bei der ersten Folge. Weil die ungefähr eine Stunde dauern. In der Stunde 15 Kämpfe. Weiß nicht, ob das gut ist. Da dauert das Fangen vom Tau-Boss schon länger als ein Fünfer-Kampf-Set. Wir sind jetzt bei 17 Minuten und haben ein Fünfer-Set fertig. Ja, ein Viertes. Das ist zu lang. 15, 15 gehen schon. Das passt. Mehr muss nicht sein. Hildburg-Rausen. Das kann ich wieder mit dem Channis tauschen. Oder auch nicht. Vielleicht mache ich auch sonst was draus. Und wir erreichen Rang 4. Oh mein Gott. Ich wusste auch, Rang 1 ist doch Tau-Boss garantiert. Und jetzt kriegt man das dann nochmal, obwohl man es gar nicht will. Wir machen aber genau mit diesem Team weiter. Dann lasse ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich wollte eigentlich das Giratina vielleicht bei mir reinnehmen. Aber ich wüsste wieder nicht, wohin. An welche Stelle. Giratina in der Mitte. Das teilt jetzt nicht so viel Schaden aus. Giratina am Anfang wäre eigentlich sinnvoll. Ja toll, schon habe ich verloren. Giratina wäre am Anfang sinnvoll. Weil das schnell seine Attacken vollmacht und alles. Aber am Anfang möchte ich ja Lucario. Und so habe ich zwei zum Schilde rausloggen. Aber ich brauche ja was Standfestes. So wie hier das Labras. Und ich brauche was in der Mitte. Was irgendwas macht. Und ich brauche einen, der mächtig Schaden austeilt. Und zum mächtig Schaden austeilen habe ich halt den Maromai genau. Obwohl Maromai und Lucario natürlich beide derselbe Typ sind. Was halt nicht so gut ist. Trotzdem haben wir mit dem Labras hier das Togelkiss ganz gut weggemacht. Und das war die größte Gefahr für mein Team. Und sogar schon ein Schild rausgelockt. Also sehr schön. Jetzt würde ich natürlich gerne auf Eisstrahl gehen. Surfer war schon voll. Aber ich möchte trotzdem auf Eisstrahl. Denn ich hoffe, er wehrt nicht ab. Lässt mich mein Eisstrahl durchgehen lassen. Machen. Tun. Obwohl ich glaube, Eisstrahl ist gar nicht so krass, wie ich immer denke. Oh, er lässt es durchgehen. Sehr effektiv. Damit hat er nicht gerechnet. Komm, wir nehmen das Labras noch mit. Das Labras ist der Boss. Das lasse ich jetzt nicht sterben. Labras, du darfst den Rest noch machen. Mit einem Server dürfte das noch klappen. Beziehungsweise schildert er das jetzt ab, weil er denkt, ich kämpfe mit Eis. Oder sagt er, er hat eh nicht mehr viel Energie. Er hat sich gesagt, er hat nicht mehr viel Energie. Lässt es also zu Boden gehen. Und jetzt haben wir noch dieses hässliche Zumpax, was natürlich auch wieder mit Bodenattacken kommt, die auch gut sind gegen Labras. Wir aber erstmal unseren Server drauf machen. Wasser gegen Wasser. Beste wo gibt. Hat sein letztes Schild raus. Jetzt ist es wenigstens Gleichstand von der Sache her. Aber ich habe noch zwei Pokémon. Labras fällt. Er hat seine, äh, seine Moves voll gemacht. Jetzt wird es natürlich kritisch. Lucario steckt nicht so viel ein. Wir holen mal das Maromai rein. Und versuchen Schaden zu machen. Ich glaube, Maromai hält mehr aus, wenn der jetzt zwei Attacken drauf kriegt. Vielleicht überlebt er es noch. Das Lucario wäre bestimmt gleich weg gewesen vom Fenster. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Äh, zwei Attacken machen das Maromai auch mit einmal nieder. Und wir haben nur noch Lucario. Aber vielleicht hätte er Lucario mit einem weggemacht. Und das Maromai mit dem anderen. Deswegen schnell noch Lucario rein. Lucario! Tot. Junge! Diese Zumpax! Ich kann es nicht mehr sehen. Server. Ha! Ja, der lebt noch. Ich muss mich aber trotzdem, keine Ahnung. Ich kann nicht auf, äh, Spukball gehen. Der hat seine Attacken immer so schnell voll. Wir machen also mal den hier. Und hoffen jetzt mit zwei Schlägen. Sauber! So muss das aussehen. Easy going. Keine Gefahr zu keiner Zeit. Also, ich hatte das immer in der Hand. Wie mein Handy. Und weiter geht es mit dem Team. Weil das Team so heftig ist. Eben! 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ich habe die ganze Zeit die Namen gar nicht vorgelesen. Das hätte man ja auch mal machen können. Das ist bestimmt heftig hier. Kampf gegen Stahl. Ich mache das kaputt. Der wechselt bestimmt, oder? Wechselt er? Nein, er wechselt nicht. Nachthieb. Ist bei dem auch ganz, äh, gut am Start. Wenn er den einsetzt. Ich weiß nicht, ob ich da auch schon wieder schilden soll. Mal gucken, ob er schildet. Er schildet nicht. Er denkt sich, pah, dieses mickrige Lucario. Ich will meinen, das ist das Dumme, aber Lucario hat, hat halt schlechte Verteidigungswerte oder irgendwie nicht viel KP. Und deswegen, selbst wenn ich den am Anfang habe, zum Schilde rausloggen, muss ich immer... Ich muss es nochmal machen, trotzdem, muss ich immer meine Schilde verbrauchen. Eigentlich wäre vielleicht Giratina dann am Anfang doch besser, denn da kann man auch mal eine Attacke durchgehen lassen, ohne dass Giratina gleich in der Ecke liegt. Aber bei Lucario muss ich eigentlich immer alles abschilden, äh, wegschilden. Weil das eben gleich... Ja, hängt halt noch ein bisschen rum. Okay, Giratina in der Haus. Da machen wir mal Spukball. Dann hoffen, der rechnet nicht damit. Dann haben wir den, äh, Überraschungshit. Zack, sehr effektiv. So muss das aussehen. Ich sag doch, er rechnet nicht damit. Das ist ja das Gute. Na, willst du aufgeben? Bruder? Es hängt halt schon wieder. Kabel Deutschland. Was ist denn? Wieso? Da hätte ich doch bestimmt schon längst den Steigerungshieb voll gehabt, oder? Toll. Danke für nichts. Dafür nehmen wir jetzt den Kollegen. Denn der hält wenigstens ein bisschen was aus. Obwohl ich keine Schutzschilde mehr habe, hält er trotzdem was aus. Und muss noch zwei Schutzschilde von ihm rauslocken. Oder wir müssen alles ohne Ladeattacken machen, denn dann kann er ja nichts abwehren. Das ist auch eine gute Idee. Wir machen einfach alles so. Arctos! Das wäre natürlich jetzt gut. So ein Steinhagel drauf. Vom, äh, Machomai. Aber er hat ja noch seine Schilde. Das heißt, wir müssen die Schilde rauslocken. Und er muss ja seine Schilde jetzt verbrauchen. Wenn er sie nicht verbraucht, dann, weiß ich nicht, nimmt er ja trotzdem immer mehr Schaden, 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 bis er irgendwann tot ist und stirbt mit zwei Schilden. Also, an seiner Stelle würde ich jetzt alles, was hier kommt, abwehren. Er kann ja eigentlich auch nur mit Eis angreifen, glaube ich. Also dürfte das nicht schlimm sein. Würde mich wundern. Hier, Eissturm. Das macht überhaupt gar nichts. Und er gibt auf. Er gibt auf. Er gibt auf. Oh! Die Übermacht hat zugeschlagen. Ja, 169. Na, ich rufe an. Jo, das sieht doch auch heftig aus. Kommen wir zum nächsten. Imaha Tunensei. Darauf stelle ich mir erstmal eine Flasche zu trinken hier hoch. Und habe keine Zeit zum Trinken. Der Gegner macht mich mürbe. Schon wieder Scherox. Ich glaube, das ist dasselbe wie eben. Ich wehr seine Nachthiebe alle ab. Habe dann keine Schilde mehr. Er muss hinten dann rumwühlen, wenn er noch alle Schilder hat. Aber wir haben ja den Steigerungs-Hiebe. Wir können in Ruhe hier unser Zeug machen. Also ihr seht, Lucario ist der Boss. Obwohl Lucario... Naja. Ich weiß nicht. Weil Maromei am Anfang, der hätte jetzt auch schon... sich ins Höschen gemacht. Jetzt hier wieder... übertrieben mit Spukball. Der rechnet nie mit Spukball. Der lässt doch jetzt Spukball durchgehen. Nein, er wehrt nur ab. Die Sau. Gut, er wehrt ab. Aber das ist ja nicht schlimm. Denn er hat bisher noch keine Attacke bei uns gemacht. Aber wir haben schon das und hier und jenes. Wir wehrt jetzt ja auch mal ab. Wenn ich jetzt noch nichts habe. Also meine Attacke noch nicht verbraucht. Da nehme ich jetzt nämlich sogar mal... Jetzt haut er die nächste Attacke raus. Gut. Egal. Ich nehme jetzt trotzdem mal das Labras. Das, wie gesagt, das hält gut was aus. Das ist sehr effektiv. Das kann mit Server auch die Attacken rauslocken. Machen wir auch gleich mal. Die Attacken... Die Schilder rauslocken. Machen wir auch gleich mal. Einmal hier, einmal da. Setz doch lieber dein Schild ein, Bruder. Ich hoffe, der hat nur die eine... Drachenklaue. Hui. Dann können wir ja jetzt... Nichts machen. Gut. Jetzt kommt er mit seinem. Lassen wir mal durch. Wir haben ja noch Machomai da drauf. Wir können auch mit Machomai Steinhagel dann da machen. Also... Das ist eigentlich keine Gefahr. Wo er... Was ist denn? Warum geben die alle auf, Mann? Das ist gut so. Ich will ja gewinnen. Alles gut. Alles gut. 170 von 200. Siehst du, alle haben Angst vor dem Ramses. Keiner kann sich messen. 0305 Midori 6542. Wisst ihr Bescheid? Die gierige Tina wieder am Start. Jetzt muss ich mal gucken. Ein Steigerungshieb würde ich vielleicht versuchen. Um ihn zu verwirren. Und dann... Na gut, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt Labras reinhole, dann wechselt er auf was, was gegen Labras ist. Und das bringt mir ja dann auch nichts. Drachenklaue. Drachenklaue. Wäre blau neutral. Wir versuchen mal wieder Überraschungs-Move. Wir wehren es eins ab und kommen mit Spukball. Vielleicht ist er schon weg. Und wir haben keine Schilder mehr. Dann war die ganze Aktion trotzdem sinnlos. Aber egal. Wir probieren es einfach. Irgendwie hat man dann das Gefühl, dass man immerzu gegen die gleichen kämpft, weil immerzu... Er wehrt es natürlich ab. Warum wehrt er es denn ab? Aber wir haben beide keine Schilde mehr. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich doch gewechselt. Hätte ich lieber am Anfang gewechselt. Dann hätte ich wenigstens noch mit Schildern rumspielen können und so. Und es hängt. Kreisel, Kreisel. Du bist so toll. Ich hasse dich. Weil du mich trollst. Jetzt könnte man eigentlich eine Trinkpause machen. Guck mal, es bewegt sich. Wie? Warum? Seit wann? Und wieso schon wieder? Ach, schwache Verbindung, ja? Der hat bestimmt jetzt schon fünf Attacken gemacht in der Zeit, wo ich hier, äh... Hä? Dann war das aber eben keine Drachenklaue, ja? Wenn der jetzt so viel abgezogen hat. Außerdem wird er jetzt ja schon wieder seine Drachenklaue machen. Aber eben, das hat doch plötzlich die Hälfte von meiner Energie abgezogen, während die Drachenklaue... Hier, Drachenklaue. Willst du mir sagen, er hat jetzt in der Zwischenzeit, wo es gehangen hat, einfach schon zwei Drachenklauen auf mich gemacht, ohne dass ich was gemacht habe. Und deswegen hat er es doppelt so viel abgezogen, weil an sich zieht das doch nicht viel ab. Und wenn er immerzu nur Drachenklaue macht, dann heißt das für mich, er hat eigentlich gar keinen anderen Move, mit dem er was macht. Ich sehe schon, bei mir passiert halt nichts und... Ich bin tot und er hat natürlich jetzt wieder fünfmal die Attacke voll, wenn das weitergeht, irgendwann. Genau, geh doch mal rüber auf Eisstrahl. Geh doch mal rüber. Jetzt geht... Gebt doch auf. Bei dem läuft das bestimmt flüssig weiter. Und ich kriege hier nichts mit. Bei mir hängt das wieder. So kann man die Stunde auch voll machen. Sind es bei 31 Minuten. Schwache Verbindung. Ja, geh. Schön. Schön, dass du alles voll hast. Wieso hat mein Maromai eigentlich keine Energie? Habe ich das heute schon mal eingesetzt? Habe ich das schon mal benutzt für irgendwas? Das Maromai hatte ich doch noch gar nicht drin, oder? Und es kommt halt einfach ohne Energie hier angerannt. Weil er die ganze Zeit mein Maromai schon bearbeitet hat, wo ich selbst nicht kämpfen konnte. Was ist das für ein mieser Lifehack. Warum machen die sowas? Und jetzt gewinnt er natürlich. Mit seiner gierigen Tina. Er braucht nämlich nur ein Pokémon, um alle umzubringen. So ein Mist. Das ist doch der Größte, den ich je gesehen habe. Auch noch verloren. Ja, schön. Bisher lief es doch gut. Ach, Mann. Jua Otoimiu. Was? Jua Otoimiu. Schaffen wir wieder keine Fünf. Ich dachte aber, wir haben alles gewonnen jetzt, dass wir wenigstens die Vier haben. Eis gegen Pflanze. Er holt Toggekiss. Okay. Dann wechseln wir direkt auch wieder auf Labras, weil er kann ja jetzt auch nicht mehr wechseln, weil er schon gewechselt hat. Hehehe. Und schon sind wir im Vorteil. Wir müssen nur schaffen, auf Labras zu wechseln. Wir haben auf Labras gewechselt. Und Labras ist sehr effektiv. Und Labras macht Server. Und Labras ist lila. Und Labras sieht aus, als hätte es irgendeine Mine auf dem Rücken und gleich explodiert es. Labras ist der Boss. Ich weiß, Lucario ist der Boss, aber Labras ist der Boss. Zwei. Flammenwurf. Wen willst du damit beeindrucken, hä? Machen nochmal hier zur Sicherheit den Surfer. Den hättet ihr wieder aufgehoben. Vor allem unterstelle ich euch immer irgendwelche Sachen und rede immer von ihr. Das ist, weiß ich nicht. Also wenn man gerne Selbstgespräche führt, kann man das natürlich gerne so machen. Jetzt ist es natürlich nicht so cool. Obwohl habe ich nicht auch Eis am Start. Müsste ich als Eis-Pokémon nicht die Pflanze töten, aber ich habe natürlich einen Wasseranteil. Nein, ich wollte jetzt darüber. Ich wollte auf den Eis strahlen. Der hätte auch gesessen. Kann ich überhaupt wechseln? Ja, ich kann wechseln. Warte mal, wir holen mal wieder den rein. Den hat man nämlich am Anfang. Und er ist abgehauen. Also scheint er was gegen uns zu haben, oder? Er ist grün, wir sind gelb. Laubklinge. Flieg und Sieg. Ja, mach wie du denkst. Ich habe da auch noch was parat. Ach, diese Minispiele. Mann, Mann, Mann. So, den nimmst du noch mit. Jetzt geht's bam, bam, bam. Dann bist du weg. Und dann hast du noch einen. Ich habe noch drei. Was willst du tun? Die gierige Tina. Schnell Spuk... Ich bin auf Spukball gegangen, ja? Jetzt holen wir mal das Labras rein. Was vielleicht nicht so gut ist. Weil, obwohl ja doch, wenn er seine... Wieso hat er schon seine Attacke? Hat er schon mal Geratina drin gehabt, oder was? Er kommt rein und dreht gleich durch, oder was? Ich verstehe es nicht. Dann liegt jetzt alles am Maromai. So schnell hat er zehn Viecher von uns besiegt. Maromai. Hau ihn zu Brei. Nicht rumstehen. Komm, ein Steinhagel drauf. Weil er hat ja Flügel, ne? Also... Ei, ei, ei. Das sieht gut aus. Steinhagel? Konzentration. Einfach fabelhaft. Boom! Verdammt, wir brauchen noch einen. Es könnte sein, dass wir es überleben. Ganz knapp. Aber wenn er dann zweimal draufhaut, sind wir auch weg. Wir haben es überlebt, aber wir müssen den Steinhagel voll machen. Und das schaffen wir, glaube ich, nicht. Nein, das schaffen wir nicht. Zwei verloren. Wenn das Set schon voll ist, hätten wir trotzdem wenigstens die Pokémon-Belohnung. Die ja immer so spannend ist. Jetzt steht der Dude einfach im Regen und rührt sich nicht mehr. Hallo? Hallo? Dein Visier wird nass. Das ist nur aus Pappe. Außerdem zieh dir mal ne Jacke an, ja? Es regnet. Aber was ist denn? Ob sich das wieder findet? 36 Minuten. Ein Set könnten wir noch machen. Das passt ja ungefähr. So 15 für 1. So 30 für 2. So 45. Für 3. Plus 5 Minuten bei jedem noch extra dazu. Ja, komm. Wir starten es einfach neu. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Und denkt alle dran, heute kommt noch die Spotlight-Stunde mit so Bieris. Was es auch als Shiny gibt. Und, ähm, doppelte Bonbons fürs Verschicken. Also, schmeißt eure ganzen Legendären weg. Dann kriegt ihr wenigstens Bonbons. Es lädt. Sehr schön. Ich will nicht, dass es lädt. Ich hätte mein Handy noch ein Stück nach links setzen können, damit das symmetrischer aussieht. Mähdrescher. Symmetrescher. So, komm, geh mal rein. Warte mal, wir gucken mal kurz hier in die Nearby-Liste. Und was sehen wir? Kein Icognito. Wie soll es auch anders sein? Kein Icognito. So. Ja, 5 Kämpfe sind vorbei. Wir kriegen, äh, die Pokémon-Belohnung. Es ist ein Gala-Zick-Zacks. Das ist cool. Also, ich finde das Pokémon cool. Das sieht cool aus. So die Farben. So dieses Stinktier-Zebra-artige Dachs. Der Stinktier-Zebra-Dachs. Vielleicht ist es auch ein richtig gutes. So, bewerten. Ist auf jeden Fall schlecht. Nehmen wir mit. Kapitelbelohnung. Zack. Wir steigen ein Stück. Ach, und hätten wir die anderen zwei gewonnen, wäre es bis hinten, ja. Wir machen also noch eine Runde. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt in, äh, Rang 5 aufzusteigen. Dass wir nicht mehr bei Rang 4 rumwuseln. Haha. Und dann machen wir irgendwann die, äh, die Meister-Liga. Wo wir dann Rang 6 und Rang 7 mal spielen. So muss es nämlich sein. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe jede Liga mal gespielt. Habe mich überall blamiert. Und alles ist gut. Hier, Empolion hat Stahl. Da bin ich effektiv. Das weiß ich. Das habe ich gelernt beim, beim Benjamin. Nein, manche Dinge weiß ich auch selbst, ja. Die muss man mir nicht aufs Butterbrot schmieren. So. Das ist sehr gut. Er wehrt ab. Und wir knallen noch mehr rein. Deswegen wehrten wir auch mal ab. Weil er hat zuerst abgewehrt. Und wenn er abwehrt, dann können wir auch abwehren. Also das heißt nicht, wenn jemand von der Brücke springt, springt hinterher. Weil der hat es zuerst gemacht. Ihr müsst immer abwägen, was ist sinnvoll und was nicht. Wir heben uns den auf. Nehmen den mit. Gucken auf den nächsten. Haben Spukball eigentlich auch gleich voll. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass er den Kampfmove durchlassen würde. Und nicht damit rechnet, dass wir mit Spukball kommen. Und weil Spukball stark ist, hauen wir trotzdem einfach Spukball drauf. Spukball sitzt. Jetzt können wir den Rest noch mit Steigerungshieb machen. Deswegen hebe ich mir den extra auf. Weil ich den so toll finde. Vielleicht müssen wir den Rest auch nicht mit Steigerungshieb machen. Sondern nochmal einen Spukball laden für den nächsten. Oder? Passt das? Passt das? Passt das? Passt das? Passt das? Es passt. Passt. Jetzt weiß er aber, dass wir Spukball haben. Also würde ich trotzdem gegen das Low Cock einen Steigerungshieb machen. Und vielleicht noch einen Steigerungshieb hinterher, wenn einer geht. Geht auf jeden Fall noch einer. Bevor wir nämlich tot sind. Habe meinen Teil aus dem Stream rausgeschnitten. Okay. So, der sitzt. Jetzt sind wir gleich tot. Und nehme natürlich Labras. Obwohl er hat Kampfmoves. Und wir haben Eis- und Wassermoves. Und ich glaube jetzt sind wir tot. Aber der ist mit seinem Kampf komischerweise auch gegen unsere Kampfsachen effektiv. Feuer bringt nichts. Und wenn wir einen Surfer durchziehen. Müsste das eigentlich reichen. Ein Surfer. So. Ganz gemütlich. Kampf 1 von 5. 5 ist vorbei. Fehle noch 4. Das müsste übrigens gerade einander Vlogs gewesen sein. Der ja so Wayfahrer-Bewertungen auch macht. Wo wir gestern Abend im Stream reingeguckt haben. Und er hat das jetzt rausgeschnitten. Und will das bei sich extra auf den Kanal hochladen. So wie es sich anhört. Kann er gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Theoretisch haben wir den Kanal auch etwas kritisiert. Wenn er das aber nicht übel nimmt. Sondern als Tipps ansieht. Oder als Verbesserungsvorschläge. Als Kritik einfach nur. Die man sich mal anhört. Dann ist das ja okay. Das alte Spiel schon wieder. Okay. Komm diesmal machen wir es richtig. Diesmal nehmen wir gleich hier das. Das Labras rein. Jetzt können wir natürlich keine Schilde rausloggen. Antikkraft. Boom. Sehr effektiv. Sieht zwar nicht sehr effektiv aus. Aber egal. Wir sind effektiv gegen ihn. Das sieht schon mal gut aus. Wir setzen mal Wasser ein. In der Hoffnung, dass er denkt, dass wir Eis einsetzen. Und abwehrt. Damit wenigstens schon mal ein Schild weg ist. Weil bei Lucario wehrt er eh nichts ab. Ja, er wehrt ab. Er wechselt. Er wechselt auf Pflanze. Das ist mies. Und die haut so schnell rein. Dass wir gleich weg sind. Ohne was zu machen. Aber wir können nochmal kurz. Wasser einsetzen. Eis wäre auch gleich voll gewesen. Aber ich glaube, da wären wir eher gestorben. Bis wir das Eis einsetzen können. Also setzen wir einen Surfer ein. Machen wenigstens noch ein bisschen Schaden. Ob das jetzt was bringt mit Lucario. Wenn der schnell da einen Steigerungshieb draufhauen kann. Bevor das was macht. Nein, es macht was. Aber ich wehr ab. Ich hab noch zwei. Würde vielleicht sogar dann. Also wenn das jetzt noch kein Steigerungshieb macht. Das mitnehmen. Und falls er seinen Giratina wieder reinholt. Da einen Spukball drauf. Ihr seht, das ist immer das gleiche Prinzip. Er holt Giratina rein. Haman. Macht seine gegnerische Attacke. Ich hab schon auf Spukball draufgedrückt. Er macht seine gegnerische Attacke. Die wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Jetzt schnell Spukball. Lass uns ihn überraschen. Er rechnet nicht damit. Es ist ein anderer Gegner. Zack. Sehr effektiv. Da guckst du dumm aus der Wäsche. Ja. Und ich hab. Na gut. Ich hab im Prinzip nur noch das Steigerungshieb. Immer noch am Start. Sehr schön. Und er hat glaube ich jetzt. Ne. Er hat noch ein Schild, oder? Setz sein Schild ein. Er setzt sein Schild nicht ein. Ich kann aber noch ein paar Mal angreifen. Bin jetzt aber auch weg. Er hat noch ein Schild. Leider. Aber wir haben noch Maromai mit Kampf. Der macht eh wieder hier so Nachthieb oder irgendwas. Das ist glaube ich gut gegen uns. Er hat noch ein Schild. Das heißt, wir dürften. Bräuchten eigentlich gar nicht auf. Ne. Das geht. Ich glaube wir müssen das mit den Quick Moves jetzt machen. Wir müssen den nächsten Nachthieb überleben, wenn er noch einen macht. Oh Mann. Das ist wie LKW ziehen auf DSF. Wir können ja trotzdem mal den, äh, hier den Charge Move noch machen. Ne. Wenn wir einen machen können. Nachteilig kann es ja nicht sein, oder? Ich meine, er würde ihn abwehren. Aber wir können doch bestimmt jetzt noch einmal drauf und fertig. Seins hat genau 2500 gehabt. Der zweite kam, weil so fertig fehlen immer noch drei. Und das Team, auch wenn es manchmal knapp wird, erfüllt theoretisch seine, äh, Dienste. Das sieht gut aus. Noch drei Stück. Dann sind wir durch. Weigfield. Okay. Kennt ihr auch das Weigenfeld? Das ist schön. Da gehe ich immer hin zum Picknick machen. Lucario und Xerox. Das ist eigentlich Vorteil für mich, oder? Haben wir vorhin aus den vergangenen Battles schon gelernt. Wieso ist der eher dran als ich? Wir lassen mal einen durch. Kreuzschere. Das war sehr gut. Das wird... Ich habe gar nicht drauf gedrückt. Ja, okay. Hier, bitteschön. Einfach fabelhaft. Steigerungshieb. Er wehrt nicht ab. Wir sind stärker. Er wechselt. Er geht auf God of War. Das heißt, wir gehen auf Labras. Und hoffen, dass Labras so immens ist, dass er dem was zufügt. Das Gute ist, wir können ja nachziehen. Also haben nachgezogen. Labras hält gut was aus. Labras teilt gut was aus. Er nutzt keine Schilde. Das wäre vielleicht gerade wichtig gewesen, aber vielleicht hat er da auch aufgegeben. Denn mit dem anderen Zeug sind wir auch im Vorteil. Ich weiß nicht, was er nimmt. Synchrolehrm. Okay. Wir haben es mal durchgehen lassen. Das nächste wird man natürlich nicht durchgehen... Alter, ich wollte schon sagen, wir kommen gar nicht... noch nicht zum nächsten, weil das Labras gleich weg ist. Das habe ich Alter gesagt. Oh mein Gott. Ich stumpf ab. Es ist noch nicht fort. Aber komm. Wir machen. Lucario ist stark. Lucario, hau einmal drauf und... Yeah. Lucario hat das Rennen gemacht. Holt sich noch einen Spukball. Komm, hol dir mal einen Spukball mit. Geh hier rüber zu deinem Kollegen. Zeig dir mal, wo es lang geht. Damit rechnet er bestimmt auch nicht. Zack. Hat er nicht gerechnet, ne? Ich sag's doch. Und ich habe sogar noch zwei Schilder. Wollen wir hierfür schon eins ausgeben? Ich weiß es nicht. Wir lassen den mal weg. Holen das... Maromai. Und müssen jetzt alles mit Maromai machen. Der ist fort. Er hat noch ein Schild. Er hat noch ein Pokémon. Ich habe noch zwei Schilder. Ich kann ein Schild von ihm rausloggen. Machen wir es mal hier mit. Obwohl Kampf natürlich besser gewesen wäre. Aber er wehrt sicherlich eh ab. Und das war eher fertig. Und dann können wir die restlichen Quick Moves einfach draufziehen. Dann müsste es auch weg sein. Abgewehrt. Kannst du gerne machen, mein Freund. Jetzt vorsichtig. Nicht zu schnell drücken. Nicht, dass wir unten auf nicht jetzt drücken. Das ist nämlich auch fucked. Müsste also safe an mich gehen. Kreuzschere. Sehr schön. Guck mal, wir packen sogar noch einen Steinhagel drauf. Einfach nur so aus Spaß. Einfach nur, weil er eh schon am Boden liegt. Einfach nochmal nachdrehen. Macht das nicht zu Hause nach. Hört gar nicht hin. So. Jetzt. Ich dachte, es hängt schon wieder. Komplett. Müsste der dritte sein. Noch zwei Kämpfe. 48 Minuten. Also das passt immer wie die Faust aufs Auge. Wenn ihr versteht, was ich meine. Macht das nicht zu Hause nach. Nochmal Überliga. Noch zwei Matches. Ich bin gespannt. Aber die Pokémon-Belohnung ist schon im Sack. Wenn man noch zwei gewinnt. Am Anfang hatte ich, ich glaube, vier, drei, fünf. Dann haben wir mal drei verschiedene Sets. Verschieden abgeschlossen. So. Jetzt blicke ich wieder nicht durch. Was war denn so schön effektiv hier gegen das blöde Vieh? Nichts. Jetzt wieder Labras reinholen. Ich möchte eigentlich nicht. Wir versuchen jetzt mal da Spukball voll zu machen. Er macht zwar jetzt Aquahubitze, aber so wie ich ihn kenne, hat er bestimmt noch was anderes in Paddo. Er holt jetzt bestimmt Erdbeben raus. Also werden wir ab. Ne, auch Aquahubitze. Ich hoffe, Spukball ging noch nicht durch. Nein! Ich habe damit gerechnet. Ich schaffe es noch. Jetzt habe ich komplett Spukball versaut und alles versaut. Und das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Ich habe gedacht, ich nehme den Spukball mit zum Nächsten. Und was ist passiert? Er bringt mich noch um. Es hätte so gut geklappt. Jetzt habe ich keine Schilde mehr. Ich hätte mit Spukball jetzt hier seinen Griselia weggemacht. Ganz einfach. So wie es da steht. Angriff sinkt auch noch. Das ist ja gemein. Wenn ihr nicht... Das ist immer das Problem. Geht ihr auf Nummer sicher. Der ist weg und ihr fangt beim Nächsten bei Null an. Oder traut ihr euch was? Ihr macht den weg und nehmt die Attacke mit zum Nächsten. Und dreht da komplett ab. Ihr habt gesehen. Wäre ich auf Nummer sicher gegangen, wäre es auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ich habe gedacht, das passt. Es hat nicht gepasst. Jetzt habe ich die Arschkarte. Angriff sinkt, Angriff sinkt, Angriff sinkt. Griselia sinkt auch. Ja, aber anders. Ich hätte ja auch da gerne Eis gemacht, aber da traue ich mich jetzt wieder nicht. Da will man wieder auf Nummer sicher gehen und 20 Mal seinen Move machen, anstatt einfach einmal auf Eis zu gehen und zu sagen, guck, hier habe ich noch was anderes. Also, lass mal den glauben, dass wir nur Surfer können. Der Surfer, der immer schwächer wird und er hat auch noch ein Schild in petto. Guck mal, der macht das mit Absicht, oder? Er hat jetzt 20 Mal gesammelt. Wenn ich das überleben würde, würde ich wenigstens noch einmal den Surfer durchbringen können, aber nichts. Und jetzt ist nur noch das Machomai am Start. Und es ist auch noch sehr effektiv. Und es wehrt bestimmt ab, weil es weiß, dass es nicht mehr so viel Energie hat und hat sich 20 Attacken aufgespart und schon war's das. Alles nur wegen einem Fehler, ich sag's euch. Hätte ich bei Lucario... Hätte ich bei Lucario einfach nochmal den Steigerungssieb gemacht und das Sumpex weg, dann wäre alles ganz anders abgelaufen. Ich weiß nicht, ob ich am Ende gewonnen hätte, aber es wäre auf jeden Fall nicht so eindeutig gewesen und so verschmiert abgelaufen wie jetzt. So, wir können immerhin noch vier Kämpfe machen, gewinnen, wenn wir den hier schaffen, den Sam Pemberton. Ansonsten sind es wieder drei. Pokémon-Belohnung reicht mir eigentlich auch aus. Jetzt bin ich da auch gespannt. Wer ist denn jetzt stärker? Er, ich, es, wir, natürlich es. Ach man, das Lucario. Was kann das Lucario denn überhaupt? Jetzt kann ich nicht mal ein... Ich kann ja noch nicht mal ein, ähm, ähm, Labras reinholen, weil das Labras wird ja auch von dem niedergemacht. Und wenn ich Macho Mai selber reinhole, dann ist es wieder so ein LKW ziehen. Eigentlich dachte ich, ich hab gewechselt, aber wie ihr seht, hat der Wechsel nicht funktioniert. Also, wird's wohl jetzt zugrunde gehen und das war's. Hol ich halt selber Macho Mai rein. Und er hat natürlich seine Attacke voll. Lassen wir mal durchgehen. Wir trauen uns was. Kreuzhieb. Zack. Mache ich hier den Rest. Da traue ich mich jetzt auch. Beide noch ein Schild. Attacke ist gleich voll. Macho Mai ist fort, aber wir haben wenigstens noch das Labras mit einem Schild. Und keine Ahnung, was der noch als drittes da drin hat. Aber wir müssen jetzt erstmal hier mitarbeiten. Ich glaub, der schildet eh dann. Vor allem dann. Jetzt. Ich muss dann auch einmal schilden, weil ich brauch unbedingt das Labras gegen das Togepi. Anders geht das nicht. Ich wundere trotzdem, dass das Labras so gut ist gegen das Togepi. Das ist die beste Wahl. Ich wüsste nicht, was ich sonst gegen Togepi großartig nehmen soll. Aber das Labras ist einfach richtig cool. Und dann sieht's auch noch so schön aus. Geht immer danach, was lustig aussieht. Nehm ein Raupi. Ja. Komm. Mach nicht nochmal deinen Move. Sehr schön. Wie er hört. Aufs Wort. Und jetzt. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist nix. Hey, aber scheiße. Sagt man nicht. Ja. Er kann zwar nicht abwehren, aber bis wir hier 20 Mal die Attacke gemacht haben, ist er mit seiner komischen Lehmbrühe schon wieder durch. Die kann er an die Obdachlosen verteilen. Seine Lehmbrühe meinetwegen, aber... Aquahobits. Wuhu. Fertig. 2,5 zu 2,499. Hat er trotzdem die, ähm... Sitzt wieder am längeren Hebel. Drücken mal auf die Pokémon-Belohnung und haben ein Flemmli. Ich dachte, die Starter sind raus. Ich dachte, die Starter gibt's nicht mehr. Was will ich mit einem Flemmli? Ja, da kannst du Logok draus machen. Das ist voll heftig. Möchte ich aber nicht. Ich hab noch nie mit Logok gekämpft. Äh... In der Go Battle League. Bei Raids glaube ich auch nicht. 606, da kenn ich wieder die Werte nicht. Was da gut ist und was nicht gut ist. 14.06 Uhr ist es jetzt auch. 18.00 Uhr Spotlight-Stunde, wie gesagt. Das sind noch vier Stunden. Ja, das lade ich jetzt hoch. Gucken tut's eh keiner. Und... Ich wollte heute vielleicht eh was anderes machen, aber kurzerhand habe ich mich dann dazu entschlossen, das zu machen, dass wir endlich mal, ähm... In der Zeit liegen mit den Kämpfen. Und nicht Hyperliga machen, wenn die Hyperliga schon längst wieder vorbei ist. Steigen wir noch auf im Rang. Es wird... Nichts. Gut. Immer noch Rang 4. Sehr schöne Sache. Was haben wir jetzt hier stehen? Längste Serie 6. Kämpfe 30. Siege 20. Wenigstens zwei Drittel gewonnen, ne? Bei dem anderen ist es aber wenigstens die Hälfte hier. 71 Siege bei 131 Kämpfen. Und ich finde das so brutal, wenn ich immer sehe, wenn andere ihre Statistiken zeigen, die in einer Saison 2600 Kämpfe oder so machen und dann 1500 Siege haben. Und ich bin hier bei maximal 150 Kämpfen immer. Und die haben einfach das, äh... Das 20-fache davon. Also... Richtig brutal, richtig heftig. Davon bin ich weit entfernt. Immer noch kein Icognito am Start. Ist aber nicht schlimm. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Erstmal. Das war eine Folge zur Hyperliga in der GoBattleLeague. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie weit ihr gerade seid, welchen Rang, wie eure Statistik aussieht. Und vor allem mit welchem Team ihr so in der Hyperliga kämpft. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Tschüss. Aus.